Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des 911 Operators, immer noch in der gleichen Schicht wie gestern und wir werden heute wahrscheinlich die Stadt wechseln. Worausgesetzt, das läuft gleich alles, so wie ich das gerne hätte. Oh, und dann fliegt der Heli da jetzt auch noch hin. Dann müssten wir gleich neue Fahrzeuge bekommen und ja, bin mal gespannt. Denn wir haben ja mal ausgerechnet, dass wir teilsch 250 haben und wir müssten teilsch mit diesen jetzt über diese 250 drüber kommen. 9-1-1, wass your emergency? My car was stolen! When was your car stolen? I don't know. I left my car about an hour ago. Where did this happen? The car was in my parking lot near my apartment as usual. What's the address of where this happened, sir? It happened at... 5.5, off of the hall. Sir, are you sure you didn't park your car in, you know, no parking zone or somebody's driveway or maybe a bus stop? I'm sure I didn't. It was a normal parking place. Okay, I'll send an officer when I have one available. Thank you. I'll wait for them. 5.5 enjoys. 3.5, on. 4.6, on. quasi. das trug nach der leckern software eigentlich so weit sein theoretisch ende ist dann sollten ich gleich schichtwechsel haben und wenn es alles dort darf sogar schad wechsel das wäre falls man optimal ja es hängt also schicht wechseln neue stadt freigeschaltet okay wird geladen jetzt erst mit der karte download das dauert ein sekündchen und download der karte auch relativ zügig hoffe ich und wir warten und warten und warten stadt san francisco ja das heißt wir haben gleich san francisco die stadt wir haben insgesamt gleich eine Einwanderzahl von 8 100 65.000 16 benötigen einen Ruf von 350 das wird ich mit dem Platz wieder aufschreiben auch eine von 350 ich würde sagen wir starten das jetzt guck uns an was jetzt Fahrzeuge haben und wenn uns jetzt gleich das einfach mal gucken fertig und dann guck mal die neue stadt an san francisco war das jetzt schreibe ich auch noch mal dabei so san francisco geile hätten auch das dort beim ersten ach da kommt es zu fortsetzen ach was haben wir denn an fahrzeugen alles wir haben ebenfalls wieder wir haben einen noch zwei mal platz für feuerwehr und haben wir auch noch ein bisschen ich glaube das sollte eigentlich reichen sagen wir haben das sieht ganz gut aus und wir starten einfach die nächste schicht in san francisco komm ich will den katz zu einem bomb kann ich mit dem heli nicht alles zufrieden retten 9-1-1. What's your emergency? Hello? There are some guys here fighting. Can you do something about it? How many of them are there? There are two of them. Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at... Did you see if they had any weapons? One of them picked up some kind of club. I'm sending emergency services right now. Thank you. Bye. Reporting right away. We are ready. I copy. Going there. We're under fire. Need backup. Need backup. What are the orders? I copy. Going there. Waiting for instructions. On my way. Pinta. 9-1-1. What's your emergency? Uh, hello. There was a car collision. Are there any injuries? Yes. One person is injured. Can you tell what kind of injuries they have? I think one of the passengers broke his leg. Okay. Just make sure they don't move until the ambulance arrives. Sure. Are any of the vehicles blocking traffic? Yes. One of them can't be moved. Where did the collision happen? Around. When did it happen? Just a moment ago. Do you know who caused the accident? I did. Alright, sir. Please wait for the emergency services to arrive. Okay. Thank you. Heading over there. Reporting. Ah, one of them is too low. I'm not too low. Injured on board. What are the orders? I copy. Going. We're ready. Affirmative. Report 10-4. I'm listening. 911. What's your emergency? Help! My kitchen is on fire! Where are you calling from? I'm listening. Okay. Get yourself and anyone else that's in the house out of the house now. The fire department will be there soon. Okay. I'm going to ask the police. Okay. I'm going to ask the police. We're done here. We're done here. Waiting for orders. So, there he is. And there. And there. There. Up. There must be a fire. We're ready. We're ready. We're ready. I copy. Going. We're ready. We're ready. What are the orders? Affirmative. We're under. What are the orders? I copy? Going. There. I'm listening. Ich höre. Entstanden. Was sind die Orte? Auf der Weg. Es läuft. Wir müssen da mal kurz dran arbeiten. Das ist gerade wieder etwas unübersichtlich hier. Ja, läuft schon. 911, was ist deine Erkrankung? Hallo? Mein Stomach schmerzt wirklich schlecht. Wie lange hast du diese Stomachschmerzen gehabt? Über eine Stunde vorhin. Es hat plötzlich angefangen. Was ist deine Erkrankung, Herr? Okay, ich schreibe die Ambulanz. Danke. Vielen Dank. Ich werde sie hier warten. Tschüss. Bis morgen. Tschau.